Warum bis Heiligabend warten, wenn es auch schon heute Geschenke geben kann? Wir versüßen euch die Vorweihnachtszeit mit sechs Traumtoren. Und ihr entscheidet, bei welchem Torschützen die Bescherung dieses Jahr ein bisschen größer ausfällt. Wählt jetzt euren Favoriten beim DKB-Tor des Monats November. Anja Severin macht den Anfang. No Look knallt sie die Kugel hinter dem Rücken in den Winkel. Diese Frau hat Dynamit im Arm. Yannick Kohlbacher zeigt einen weniger explosiven, dafür aber umso gefühlvolleren Wurf. Gegen den HSV lässt er Jogi Bitter mit seinem Dreher keine Chance. Ein erstklassiger Camper aus Liga 2. Ibai Miyuki Ekchebeste von der HG Salui lässt Fliegen ganz leicht aussehen und verwandelt gegen Bietigheim. Bam, Kentamahe macht einfach mal kurzen Prozess und feuert diesen Unterarmwurf in die Maschen. Rückwärts laufen, rückwärts springen, fangen und werfen. Verkehrte Welt bei Aris Wöschler. Unser Treffer Nummer 5. Die Lücke suchen? Wozu? Fragt sich Nico Ferdinand und schlenzt seinen Unterarmwurf an Abwehr und Torhüter vorbei in den Kasten. Der letzte Vorschlag aus dem November.